happy birthday to you hallo und herzlich willkommen heute ist mittwoch m wie mech arena deswegen spiele ich heute wieder mech arena und ich würde mal sagen was spielen wir heute wettbewerb heute ist der wettbewerb wieder genau und ja dann gehen wir direkt los die erste runde geht los was ist denn jetzt los ist den wort ich auch gar nicht egal ich spiele mit jedem ich war schneller nachladen ja so jetzt kann ich den nehmen den ich dir wollte da kommt gleich ein steller schnell wieder zurück in sicherheit wieso ich habe es endlich geschafft ich habe mich bei disco registriert und hier untergeladen und an so Letzte Zeit spiele ich wieder ein bisschen mehr Computer. Ich habe jetzt die letzten zwei Wochen sehr viel gestresst. Also ich war die letzten zwei Wochen mal sehr viel unterwegs und hatte sehr wenig Zeit. Deswegen konnte ich da nicht so viel Spiel am Rechner oder allgemein am Rechner machen. Aber mittlerweile geht es. Oh, ein guter Zug. Zug, Zug. Gewonnen. Bester Spieler. 3 Goldmedaille. Auch Questen schon fertig. Meine Güte. Supi. Da würde ich mal sagen, weiter so. Jetzt kommen noch zwei Runden. Ah, nur 492 Punkte. Gestern hatte ich eine Runde mit fast 700 gehabt. Die war cool. Na gut. Aber egal. Warte jetzt. Nächste Runde. Viel Spaß. Okay, let's go. Zweit Runde. Ich wollte mal mit denen jetzt ein bisschen anfangen. Ja. 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 Ja, ja. 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 wer ist denn das kenne ich gar nicht ach bestimmt ist ein Spam bin gespannt so ein Mist so jetzt kommt der mein böser der ist ja schon tot da war ich so langsam da liegt der da die ganze Zeit nie in die Hände hier 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 schnell wieder zurück das war ja gerade eine Runde hier 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 wieder viermal gold okay gerade war nur dreimal gold damals selber jetzt aber viermal gold das ist doch mal nice was für eine bewertung kriege ich nur eine quest fertig 564 noch das ist schon besser wegen gerade obwohl ich weniger kids habe bestimmt mehr schaden gemacht obwohl ich getötet habe und ich habe ein paar schaden gemacht die habe ich war nicht gekriegt die kills gut dann würde ich mal sagen es geht weiter nicht so viel spaß die nächste runde ich hoffe die runde wird auch so schön wie gerade jetzt fangen wir mal mit ihnen an er ist da und der ist da und nachladen immer direkt nachladen wenn ich weiß dass ich wieso mehr schluss auch ich habe mich dann überholt ich wurde erlöst von den ersten platz ich habe die anderen noch nicht alle gespielt aber den muss ich einfach spüren damit ich meine quest hier ein bisschen schaffe ja okay die artillerie werde ich glaube ich nicht spüren ach ne die artillerie die hier ist dann habe ich nicht gespielt so jetzt kann ich mit ihnen schnell ein paar kills aufholen nachladen zunächst laufen da hinten ist einer da hinten ist einer hier ist noch einer bleibt doch stehen so jetzt ja so ja große na ich Ach ne, war nicht mein Kill, das war ja auch unfair, ah, ok, zweiter Platz, nicht erster, ich glaube, vielleicht wird er jetzt noch wie erster geworden, aber ich glaub, ich hätt den alles kaputt gekriegt, aber egal, waren schöne Runden, nur ein zweiter, ok, kann man mit lehnen, besser als letzter, gut, das waren drei schnelle Runden FFA bei Mech Arena und ich sagte mal, Dankeschön fürs Zuschauen, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid, bis zum nächsten Mal, viel Spaß und auf Wiedersehen, ciao, ciao.